Die Evangelisch-Lutherische Kirche in Thüringen war bis 2008 eine von 23 Gliedkirchen der Evangelischen Kirche in Deutschland. Die Kirche mit Sitz in Eisenach hatte 2006 ca. 441.000 Gemeindeglieder in 1308 Kirchengemeinden. Die Evangelisch-Lutherische Kirche in Thüringen war Mitglied der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands und der Gemeinschaft Evangelischer Kirchen in Europa. Am 1. Januar 2009 vereinigten sich die Thüringische Landeskirche und die Evangelische Kirche der Kirchenprovinz Sachsen zur Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland. Das Gebiet der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Thüringen umfasste große Teile des heutigen Bundeslandes Thüringen und entsprach in seinen Grenzen, dem 1920 gegründeten Land Thüringen. Bis auf die Superintendentur Ostheim vor der Rühn, die 1972 der Landeskirche Bayern eingegliedert wurde. Die übrigen ehemals preußischen Teile Thüringens gehörten zur Evangelischen Kirche der Kirchenprovinz Sachsen. Das ehemals zu Hessen-Nassau gehörige Gebiet um Schmalkalden zur Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck-Geschichte. Die Thüringer Evangelische Kirche entstand 1918. Nach der Aufhebung der Monarchie beschlossen am 15. November 1918 führende Kirchenmänner der ehemaligen Herzogs- und Fürstentümer eine einheitliche Organisation des Kirchenwesens. Am 5. Dezember 1919 tagte eine erste Synode und beschloss den Zusammenschluss von sieben eigenständigen Landeskirchen zu einer einheitlichen Landeskirche. Dies geschah noch vor der Gründung des Landes Thüringen. Die sieben Landeskirchen waren Die evangelisch-lutherische Kirche des Großherzogtums Sachsen Die evangelisch-lutherische Kirche des Herzogtums Sachsen-Gotha Die evangelisch-lutherische Kirche des Herzogtums Sachsen-Altenburg Die evangelisch-lutherische Kirche des Herzogtums Sachsen-Meiningen Die evangelisch-lutherische Kirche des Fürstentums Reus Jüngere Linie Die evangelisch-lutherische Kirche des Fürstentums Schwarzburg-Rudolstadt Die evangelisch-lutherische Kirche des Fürstentums Schwarzburg-Sondershausen. Am 13. Februar 1920 wurde die Thüringer Evangelische Kirche dann formell errichtet. Das Land Thüringen wurde erst drei Monate später am 1. Mai 1920 formell gegründet. Für die neue Landeskirche wurde in Eisenach ein Landeskirchenamt eingerichtet und 1924 erhielt die neue Kirche eine Verfassung. Am 1. April 1921 bezog der Landeskirchenrat der evangelisch-lutherischen Kirche in Thüringen seinen Sitz in der schlossartigen Villa der industriellen Familie Eichelstreiber auf dem Pflugensberg. 1934 schloss sich die evangelisch-lutherische Kirche des ehemaligen Fürstentums Häus ältere Linie als achte Landeskirche der Thüringer Evangelischen Kirche an, die damit ihren heutigen Umfang erreichte. Die meisten Amtsträger in der Thüringer Evangelischen Kirche waren vom christlichen Anti-Judaismus und von monarchistischen, nationalistischen bis völkischen Überzeugungen geprägt. Sie hatten die November-Revolution als Verlust bisheriger staatskirchlicher Privilegien erlebt und lehnten die Weimarer Verfassung ab, weil diese die Ära des Staatskirchentums prinzipiell für beendet erklärte. Sie betrachteten die Weimarer Republik als gottlos, jüdisch und marxistisch verseucht. Vertreter dieser Denkart war unter anderem Friedrich von Eichelstreiber. Von 1926 bis 1933 Landeskirchentagspräsident und DNVP-Spitzenkandidat bei den Wahlen zum Thüringer Landtag. Er beschrieb Thüringen und die Thüringer Kirche damals als akut gefährdet durch eine Mehrheit der Sozialdemokratie und eine angebliche Vorherrschaft der Juden. Ein weiterer Vertreter war der Direktor der Leipziger Mission, Pastor von Harling. Er referierte auf einer Missions-Tagung 1924 in Hildburghausen über die Judenfrage und war 1930 in der Judenmission aktiv. Der Volksdienst, eine kirchliche Schulungsabteilung zur politischen Orientierung der Kirchenmitglieder, behandelte die Völkische Frage etwa 1925 in Neudietendorf. Beim Missionsfest des evangelisch-lutherischen Missionsvereins Gotha 1926 vertrat der Missionarpfarrer Reichardt öffentlich seine rassistischen Thesen. Nur das Christentum könne die minderwertige Rasse der Inder retten. Bei den Kirchenwahlen von 1926 zum Zweite Landeskirchentag trat erstmals eine Deutschkirche an, deren Anhänger einen dezidierten Rassen-Antisemitismus vertraten. Die von ihr vorgeschlagenen Kandidaten umfassten 5 bis 8 Prozent aller Vorgeschlagenen, machten aber auf den Landeslisten mit 30 Prozent der Kandidaten die größte Gruppe aus. Der für Statistik zuständige Oberpfarrer Johannes Domenecker berichtete 1928 von zwei Übertritten von Juden zur Thüringer Landeskirche, keine Christen seien zum Judentum übergetreten. Das liege daran, dass es Juden zur maßgebenden Macht ziehe, während Christen allenfalls durch ein Heiraten aus Rheingeld fragen, Juden würden. Domenecker gehörte wie Landeskirchentagspräsident von Eichel Streiber später zur lutherischen Bekenntnisgemeinschaft und war vorübergehend. Amt Cent hoben. 1929 rief der mehrheitlich konservativ-völkische Landeskirchentag in seiner Entschließung gegen die Entsittlichung dazu auf. Der Entartung und Zersetzung unseres Volkes entgegenzuwirken durch Verbreitung guten deutschen Schrifttums und überhaupt durch Pflege des wertvollen deutschen Kulturgutes und veredelnde Fortbildung des deutschen Volkstums. Damit bereitete die Landeskirche die Hetze der NS-Propaganda gegen deutsche Schriftsteller und Künstler etwa in Ausstellungen über die entartete Kunst mit vor. Gegenüber antisemitischen Angriffen des Tannenbergbunds unter Erich Ludendorff die Kirchen segelten im Kielwasser des Judentums. Aus dem See hervorgegangen seien, distanzierte sich der Volksdienst der Thüringer Kirche vom Judentum 1931 Apologetisch mit einem Flugblatt der Apologetischen Zentrale Spandau. Erste Christentum wirklich Judenmache Pfarrer Otto Henneberger hielt vor 1933 öfter Vorträge vor Pfarrern über Themen wie Völkische Religiosität oder Evangelium oder Deutschchristentum und Deutschkirche. Die Machtergreifung des NS-Regimes begrüßte die Thüringer Kirchenleitung so. Im März 1933 begrüßte die Thüringer Evangelische Kirche in einem Wort zur Zeitlage die Machtübertragung an Hitler. Im April 1933 hob der Landeskirchenrat das in der Weimarer Zeit Erlassene Verbot der politischen Betätigung der Pfarrer auf. Dies war faktisch eine Einladung zur Betätigung in der NS-DAP, da alle übrigen Parteien bis Juli 1933 verboten wurden. Im Mai 1933 verabschiedete der im Januar 1933 noch frei gewählte Landeskirchentag mehrere Gesetze zur Gleichschaltung der Kirche mit dem NS-Regime, indem er dem Landeskirchenrat das Recht zum Erlass von Kirchengesetzen einräumte und jegliche marxistische Betätigung in der Kirche verbot. Seit Mai 1933 waren die Thüringer evangelischen Pfarrer und Kirchenbeamten eingebunden in das System der Ausgrenzung von deutschen jüdischer Herkunft, in dem sie auf Verlangen sogenannte Arianachweise auszustellen hatten. Damit beteiligten sie sich im negativen Ausschlussverfahren an der Entscheidung über den sozialen Aufstieg oder Abstieg im Berufsleben. Denn mit dem Reichsgesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums und paralleler Bestimmungen wurden Menschen jüdischer Herkunft von bestimmten Berufen ausgeschlossen. Bald wurden die Pfarrer auch angehalten, die Anlegung von Annen- und Sippschaftstafeln zu fördern, um Herassenhygiene zu unterstützen. Am 5. Mai 1933 wurde die Kirchenordnung in § 6 so ergänzt, dass eine Verweigerung der kirchlichen Trauung möglich wurde. Die Thüringer Kirche versagte der Ehe von Christen mit Juden ihren Segen. Wenn in Folge zu großer Verschiedenheit der Rasse der Ehe schließenden die Voraussetzungen für eine sittlich hochstehende eheliche Gemeinschaft fehlen. Dieses erste rassistisch-judenfeindliche Gesetz einer evangelischen Landeskirche gab der tatsächlichen oder behaupteten völkischen Zugehörigkeit eines Kirchenmitgliedsvorrang vor der Geltung der biblisch-ethisch begründeten Sakramente und brach damit die lutherischen Bekenntnisschriften. Dagegen bildete sich im November 1933 zunächst der Pfarrernotbund, im Mai 1934 dann die bekennende Kirche. Aus den staatlich veranlassten Kirchenwahlen vom Juli 1933 ging ein fast ausschließlich von deutschen Christen besetzter Landeskirchentag hervor. Dieser übernahm am 12. September 1933 mit dem Gesetz über die Stellung der kirchlichen Amtsträger zur Nation den staatlichen Arieparagrafen für die Kirche. Danach durften nicht-arische oder mit nicht-arischen Frauen verheiratete Theologen keine Amtsträger in der Thüringer Landeskirche werden. Pfarrer jüdischer Herkunft konnten in den Ruhestand versetzt oder entlassen werden, nur Weltkriegsteilnehmer oder durch Kriegseinwirkung Betroffene waren anfangs noch ausgenommen. Entlassen wurde zum Beispiel Pfarrer Werner Sylten. Der von den DC eingesetzte Landesbischof Wilhelm Reichert berichtete 1934 stolz, die Thüringer Landeskirche sei eine der ersten von den e.V. Landeskirchen gewesen, die auch die Fragen der Rassenhygiene in die Amtsarbeit der Pfarrer hineinbezog. Sie habe den DC-Schulungskurse für deutsches Christentum finanziert und dort Staatsbeamte über Rassenkunde und Erbgesundheitslehre referieren lassen. Nachdem im September 1935 die Nürnberger Rassengesetze erlassen waren, drängte die Thüringer Kirchenleitung ihre Pfarrer auf Einhaltung ihrer rassistischen Kirchenordnung und stellte klar, dass eine Mischee keine konfessionsverschiedene Ehe sei, sondern eine, die zwischen einem Arie und einer Nicht-Harierin oder umgekehrt geschlossen wird. Thüringer Kirchenzeitungen unterstützten die staatlichen Rassengesetze. So druckten die Heimatklänge ein Vorläufer von Glaube und Heimat. Im Dezember 1935 auf einer ganzen Seite einschlägige Worte des antisemitischen Hofpredigers Adolf Stückers ab. Auf die November-Pogrome 1938 reagierten die Thüringer Oberpfarrer mit einer Entschließung vom 17. November 1938. Christus hat den jüdischen Geist in jeder Form auf das Schärfste bekämpft. Am 24. November veröffentlichte Landesbischof Martin Sasse ein 16-seitiges Pamphlet Martin Luther. Über die Juden weht mit ihnen. Es wurde in Millionenauflage über die Landeskirche hinaus verbreitet. Am 10. Februar 1939 beschloss die Landeskirche das Gesetz über die kirchliche Stellung evangelischer Juden. Es bestimmte, dass Juden nicht Kirchenmitglieder werden könnten. Dass Amtshandlungen für sie verboten wurden und dass Kirchensteuern von ihnen nicht mehr zu erheben waren. Damit gab man nicht nur jüdische Pfarrer, sondern auch christliche Gemeindemitglieder. Die laut Hans Klopkes Definition als Juden oder Judenstämmlinge galten der staatlichen Verfolgung preis. Im Mai 1939 veröffentlichte der Landeskirchenrat Grundsätze zum damals von Partei- und Regierungsstellen denunzierten und häufig behinderten Religionsunterricht, die eine Einpassung der Lehrinhalte in die NS-Ideologie sicherstellten. Der Religionsunterricht sollte die Erkenntnis vermitteln, dass zwischen Christentum und Judentum ein unüberbrückbarer religiöser Gegensatz besteht und demgemäß die volksmäßige Säuberung des deutschen Wesens von jeglichem jüdischen Einfluss eine entsprechende Säuberung der christlichen Verkündigung von allen jüdischen Formen und Fesseln und Fälschungen mit sich bringen muss. Dazu gründeten mehrere DC-regierte Landeskirchen. Darunter federführend die thüringische. 1939 auf der Wartburg bei Eisenach das Institut zur Erforschung und Beseitigung des jüdischen Einflusses auf das deutsche kirchliche Leben. Im Zweiten Weltkrieg begründete die Thüringer Landeskirche das von Hermann Göring geforderte Spenden von Glocken für die Waffenproduktion. Diesmal werden unsere Glocken nicht unverwendet verschwinden in Lagerstätten für jüdische Schiebergewinne. Mit Überzeugung beteiligte sich die Thüringer Kirchenleitung daran, die Gemeinde Jesu Christi bis in die letzte Verrestelung Juden frei zu machen. Sie ermahnte dazu im November 1943 ihre Pfarrer und Kirchenbeamten Perun Tellers, dass die Wiederverheiratung mit einer arischen Person, die vorher mit einer nicht-arischen Person verheiratet war, unzulässig sei. Am 28. Dezember 1941 erließ sie ein Kirchengesetz über den Ausschluss Rasse jüdischer Christen aus der Kirche, Juden, sind samt ihren Abkömmlingen im Bereich der Thüringer Evangelischen Kirche von jeder kirchlichen Gemeinschaft ausgeschlossen. Im Juli 1944 schärfte sie nochmals die Geltung der Thüringer Kirchenordnung ein, wonach nur die Zustimmung zum positiven Christentum zum Anspruch auf kirchliche Versorgung berechtige. Unabhängig von der Kirchenmitgliedschaft, voll Juden bleiben von der kirchlichen Versorgung. 1945 wurde der letzte DC-Landesbischof von den US-Militärbehörden verhaftet und danach ein kirchlich-organisatorischer Neubeginn gesetzt mit Vertretern der Lutherischen Bekenntnisgemeinschaft. Der religiösen Sozialisten und des Wittenberger Bundes erhielt die Landeskirche eine neue Verfassung. Danach nannte sie sich Evangelisch-Lutherische Kirche in Thüringen. Die Kirche trat der EKD bei und war Gründungsmitglied der WEGT. Seit dem 1. Juli 2004 bildeten die Evangelische Kirche der Kirchenprovinz Sachsen und die Evangelisch-Lutherische Kirche in Thüringen die Föderation Evangelischer Kirchen in Mitteldeutschland. Die zum 1. Januar 2009 in einer Kirchenfusion aufgingen Strukturen. Bischöfe der einzelnen Kirchen waren bis 1918 die jeweiligen Fürsten bzw. Herzöge als Summus Episkopus. Nach Bildung der Einheitlichen Landeskirche 1920 übernahm ein Landessoberpfarrer die Leitung der Kirche. Dieser führt seit 1933 den Titel Landesbischof. Er wurde von der Landessynode auf Lebenszeit gewählt und war Vorsitzender des Landeskirchenrates. Der Landessynode und der Superintendentenkonvents. Landessoberpfarrer, Landesbischöfe und Kirchenpräsidenten seit 1920 1920 1934 Wilhelm Reichardt, Landessoberpfarrer ab 1933 Landesbischof. 1934 bis 1942 Martin Sasse, Landesbischof. 1943 bis 1945 Hugo Rönck, Kirchenpräsident. 1945 bis 1970 Moritz Mützenheim, Landesbischof. 1970 bis 1978 Ingo Brecklein, Landesbischof. 1978 bis 1992 Werner Leich, Landesbischof. 1992 bis 2001 Roland Hoffmann, Landesbischof. 2001 bis 2008 Christoph Kehler, Landesbischof. Als Parlament hatte die Landeskirche eine Landessynode. Deren Mitglieder, die Synodalen, wurden auf sechs Jahre gewählt bzw. berufen. Fast die Hälfte von ihnen wurden von den Kreissynoden gewählt. Die Aufgabe der Synode war ähnlich wie die von politischen Parlamenten. Sie tagte in der Regel zweimal jährlich. Vorsitzender der Landessynode war der Landesbischof. Aus der Mitte der Synode wurde der Präsident der Landessynode als Stellvertreter des Landesbischofs gewählt. Er durfte kein Theologe sein. Ebenso aus der Mitte der Landessynode wurden die Stellvertreter des Präsidenten gewählt. Sie alle zusammen bildeten das Präsidium der Landessynode, das die Geschäfte der Landessynode führte. Als oberste Verwaltungsbehörde der Landeskirche bestand in Eisenach ein Landeskirchenamt. Hier hatte der Landeskirchenrat, das Leitungsgremium der Landeskirche, seinen Sitz. Dieses vertrat die Landeskirche nach außen und führte die Beschlüsse der Landessynode aus. Dem Landeskirchenrat gehörten der Landesbischof als Vorsitzender sowie weitere theologische und zwei juristische Mitglieder an. Sie alle wurden von der Landessynode gewählt, deren Mitglieder sie auch waren. Drei der Mitglieder des Landeskirchenrates waren darüber hinaus Visitator in einem der drei Aufsichtsbezirke der Landeskirche. In der Verwaltungshierarchie war die Landeskirche von unten nach oben wie folgt aufgebaut. An der Basis standen die Kirchengemeinde als Körperschaften des öffentlichen Rechts mitgewählten Gemeindekirchenräten. Die Mitglieder dieser Gremien hießen Kirchenälteste. Mehrere Kirchengemeinden bildeten zusammen eine Superintendentur, an dessen Spitze ein Superintendent stand. Die Superintendenturen hatten als Gremium die Kreissynode mit einem Präsidium der Kreissynode. Die Mitglieder der Kreissynode wurden von den jeweiligen Gemeindekirchenräten gewählt. Mehrere Superintendenturen bildeten zusammen einen Aufsichtsbezirk, der von einem Oberkirchenrat als Visitator geleitet wurde. In jedem Aufsichtsbezirk bestand ein Kreiskirchenamt. Die drei Aufsichtsbezirke bildeten zusammen die Landeskirche. Siehe auch, früher gliederte sich die evangelisch-lutherische Kirche in Thüringen in 40 Superintendenturen. Altenburg, Apolder, Arnstadt, Bad Frankenhausen, Bad Salzungen, Buttschstedt, Kamburg, Dermstadt, Ebeleben, Eisenach, Eisenberg, Eisfeld, Friedrich, Roder, Gera, Gerstungen, Gotar, Greiz, Hildburghausen, Ilmenau, Jena, Kala, Königsee, Lobenstein, Meiningen, Moisewitz, Neustadt, Oller, Urdruf, Hösneck, Rudolf, Saalfeld, Schleitz, Schmölln, Sondershausen, Sonneberg, Sonneborn, Stadt Rudder, Wacher, Fieselbach, Weider und Weimar. Durch die innerdeutsche Grenzziehung gehörte bis 1991 auch Schmalkalden als 41 Superintendentur zur thüringischen Landeskirche. Dieses Gebiet gehörte jedoch früher als Exklave zur evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck, der es nach der Wende wieder angeschlossen wurde. Im Rahmen einer Strukturreform wurde die Zahl der Superintendenturen auf 18 reduziert. Diese waren in 1369 Kirchengemeinden unterteilt. Sonneberg, Schleitz, Weimar, Gesangbücher Die Gemeinden der evangelisch-lutherischen Kirche in Thüringen sangen vor 1918 aus einer Vielzahl von Gesangbüchern. Jede Landeskirche hatte eigene, manche sogar mehrere Gesangbücher im Gebrauch. Nach Gründung der Einheitlichen Landeskirche wurde 1929 auch ein gemeinsames Gesangbuch eingeführt. Die Gemeindeglieder in Thüringen sangen daher seit 1930 aus folgenden Gesangbüchern. Evangelisches Kirchengesangbuch Ausgabe für die Evangel-Lutherische Kirche in Thüringen Eingeführt aufgrund des Beschlusses der Synode der Evangel-Lut. Evangelisches Kirchengesangbuch Ausgabe für die Evangel-Lutherische Landeskirche Mecklenburgs Evangelische Kirchengesangbuch Ausgabe für die Evangelische Kirche in Thüringen Untertitelung des ZDF, 2020